Ja, ganz herzlich willkommen zum Wetterupdate. Warm anziehen ist die nächsten Tage gewiss ein heißer Tipp, denn es ist rund 10 Grad zu kalt für die Jahreszeit. Unbeständig ist das Wetter obendrein. In der Nacht zu Samstag ziehen weitere Schauer durch. Die Schneefallgrenze sinkt auf 700 bis 300 Meter. Dazu ist es eingangs der Nacht vor allem im Bergland des Südens stürmisch. Teilweise hier schwere Sturmböen. Örtlich kann es auch kurze Graupelgewitter geben. Tiefstemperatur für die meisten 6 bis 1 Grad im Bergland und im Binnenland Schleswig-Holsteins wird es leichten Frost geben. Tagsüber sind dann viele Wolken unterwegs mit Unterbrechungen. Immer wieder Schauer. Am Nachmittag vereinzelt nochmal ein kurzes Graupelgewitter. Oft trocken ist es im Nordosten und an der Ostsee scheint auch oft die Sonne. Aber die Temperatur kommt kaum über 6 bis 11 Grad hinaus. Dementsprechend dem Warm anziehen in den Schauern und vor allem auch im Bergland ist es noch deutlich kälter. Sonntag und Montag ähnliches Wetter. Wolkenreich mit Schauern. Örtlich kurze Graupelgewitter im Süden. Die Nächte ganz schön kalt. Teilweise Minima um die minus 4 Grad und Höchstwerte um 10 Grad herum. Lichtblick ist dann am Dienstag vor allem im Norden. Da wird es dann langsam freundlicher und beständiger. Die Schauer ziehen sich im Laufe des Dienstags so langsam in den Süden zurück.